Deutschlands Wohlstand sichern heißt, wir haben die geringste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Europa. Nächstes Mal ist wichtig, dass wir den jungen Leuten auch wirklich Chancen überlassen und nicht Schulden hinterlassen. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, wir müssen unsere Chancen, die wir haben, in der ganzen Welt auch umsetzen können. Ich glaube, wir haben es in diesen Jahren gut geschafft, dass sich die Tüchtigkeit, der Einsatz der Menschen wirklich auswählen kann. Für mich bedeutet Deutschlands Wohlstand sichern, genau dieses Niveau zu halten und abzusichern. Das heißt vor allen Dingen, dass wir wirtschaftlich so aufgestellt sein müssen, dass wir auch in der Zukunft in einer Welt, die sich ja unheimlich verändert, in der Lage sind, mit anderen Schritt zu halten. Ich finde, dass wir wirklich Großartiges vollbracht haben in der Reduzierung der Neuverschuldung. Auch da sind wir ein großes Stück weitergekommen in dieser Legislaturperiode. Man muss gelegentlich einfach die Grundrechenarten nicht vergessen und deswegen kann man auf Dauer nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Wir haben so viele Steuereinnahmen wie noch gar nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das muss einfach reichen und das reicht auch. Steuererhöhungen kommen für uns nicht in Frage. Weil Steuererhöhungen das völlig falsche Signal sind, um wirtschaftliches Wachstum auch in Zukunft zu erhalten. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir den Euro gestärkt haben, die Euro-Krise in einem erheblichen Teil bereits bewältigt haben. In Europa haben wir dafür gesorgt, dass das Bewusstsein für solide Haushalte auch dort Einzug hält. Das gilt es zu bewahren. Der stabile Euro ist wichtig, um unsere Chancen im Wettbewerb nutzen zu können. Der stabile Euro ist wichtig, damit die Menschen auch an die Währung glauben. Nur wenn man weiß, dass man auch morgen noch für sein Geld den gleichen Gegenwert kriegt, kann man darauf vertrauen. Ohne Vertrauen läuft die ganze Wirtschaft nicht. Ein stabiler Euro bedeutet für uns, hat Europa in der Zukunft noch eine Chance? Die Vergemeinschaftung von Schulden, solange man die Haushaltsverantwortung nicht vergemeinschaftet, hat den großen Fehler, dass die Menschen dann immer mehr Geld ausgeben. Euro-Bonds, solange wir keine gemeinsame europäische Finanzpolitik haben, sind unverantwortlich. Wir haben viele Chancen, Deutschlands Zukunft zu gestalten. Deshalb wollen wir Schwerpunkte setzen. Wir wollen den Haushaltskonsolidierungskurs fortsetzen. Dabei aber auch nicht vergessen, dass wir weiterhin einen Schwerpunkt im Bildungsbereich brauchen, im Familienbereich und in der Verbesserung der Infrastruktur. Wir wollen in der nächsten Legislaturperiode nicht nur den Bundeshaushalt ausgleichen, sondern wir wollen erstmalig Schulden zurückzahlen. Weil wir solide gewirtschaftet haben in diesen Jahren, haben wir auch Spielräume, um zu handeln, wenn es notwendig ist. Wir müssen innovativ sein, wir müssen gute Produkte haben, wir müssen dafür eine gut ausgebildete junge Generation haben. Wir haben große Herausforderungen, aber wir finden für die Herausforderungen gut gewappnet.